Beginnen möchte ich mit der großen Überraschung in diesem Jahr. Das ist eine Mildtoniopsis-Hybride, die ich schon recht lange habe und ich glaube, sie hat vor zwei Jahren das Umtopfen nicht so ganz gut weggesteckt und hat seitdem schlechtes Wachstum gezeigt und auch überhaupt gar keine Blüten. Diesen Februar bin ich dann wirklich nach hinten übergefallen, als sie plötzlich, ich hatte sie schon gar nicht mehr auf der Liste stehen, plötzlich hatte sie diese beiden Blüten wirklich überrascht worden von diesen Blüten, denn sie steht so ein bisschen abseits in meinem Schlafzimmer im kühlen Bereich und dann war ich hier wirklich überrascht. Also diese Blüten sind schon ein bisschen älter und so ein bisschen drüber und sie sehen jetzt nicht mehr so schön aus. Sie duften aber noch gut. Und dann hat sie nachgelegt und vor zwei Wochen diese beiden Blüten geöffnet. Und ich bin wirklich sehr froh, weil ich erstens den Geruch, also den Duft von diesem Mildtoniopsis sehr, sehr mag und außerdem sind sie auch einfach wirklich wunderbar gezeichnet und haben so wunderschöne Details. Auch diese Blüte ist schon ein bisschen drüber, aber definitiv noch zeigbar. Sehr schön. Ich freue mich sehr darüber. Auch die Neutriebel, aus denen sie jetzt blüht, sind super, haben hier nicht dieses Knitterwachstum, was die gerne mal haben. Also ich würde mal sagen, die ist über den Berg und ich hoffe, dass sie weiterhin sich so gut macht. Neutriebe sehe ich noch keine, aber das hat ja auch noch ein bisschen Zeit und ich freue mich einfach sehr über den Duft, darüber, dass die Pflanze jetzt scheinbar sich wieder gefasst hat und jetzt hoffentlich fröhlich weiter wächst. Weiter soll es gehen hier mit dieser Doritaenopsis Purple Gem Aida. Das ist eigentlich eher eine Nachblüte, die hat den ganzen Winter über geblüht und diese fünf, vier Blüten hat sie jetzt nochmal in den letzten zwei, drei Wochen geöffnet und ich mag einfach diese, diese Blüten sehr gerne mit diesen Details hier, kriegen wir das scharf, ja, diesen streifigen Details hier auf den Seitenlappen und natürlich dieser, diesem Farbverlauf hier auf der Lippe. Das ist in Wirklichkeit so ein Braun-Rot, was sich in so ein dunkles Lila hinein verläuft und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Anblick. Und ich mag diese Pflanze sehr, zwar eine Jungpflanze, die habe ich 2015 gekauft und die hat dann erstmal ein bisschen gebraucht, um sich zu etablieren und dann war sie aber irgendwann scheinbar angewachsen und gut drauf und das kam letzten Herbst, Spätsommer, dieser Blütentrieb und dann hat sie im Grunde den ganzen Winter an diesem Blütentrieb hier geblüht und das hier ist jetzt so ein bisschen die Nachhut. Sehr hübsche, sehr hübsche Farben, die hier jetzt auch irgendwie gar nicht so richtig, natürlich, wie das immer so ist, im Fenster von meiner Kamera rüberkommen. Aber ich freue mich jeden Tag über diese Blüten. Und hier haben wir jetzt die Farleinopsis Minimark. Eine meiner liebsten Kreuzungen, die aber auch nicht ganz einfach sind. Ich mag einfach diese Pünktchen auf diesen Petalen und Sepalen so gerne und diese leuchtende orange knallige Lippe. Das ist eine wahre Freude. Sie hat letztes Jahr nicht geblüht und musste sich ein bisschen erholen und dieses Jahr entschädigt sie mich mit zwei weiteren Blütentrieben, die hier noch kommen. Eine Knospe hat hier schon heute die erste Blüte geöffnet. Die ist noch ein bisschen runkelig, aber die streckt sich im Laufe des Tages sicher noch. Hier sind noch mehrere Knospen und hier hinten ist noch ein Trieb, der so ein bisschen Zeit braucht wahrscheinlich noch. Diese Pflanze wächst, sie ist noch ein bisschen staubig, wächst so ein bisschen langsam und sie ist auch nicht ganz einfach zu pflegen, finde ich. Ich habe jetzt einen guten Platz für sie gefunden bei mir im Vorflur. Da ist es ein bisschen kühler und steht da an einem Westfenster. Sie bekommt da also Licht und es ist auch nicht ganz so warm. Vielleicht mag sie das ja so, dass sie mir diese Blüten schenkt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und denke auch, dass diese Pflanze jetzt über den Berg ist, nach sich hier eingewöhnen und umtopfen. Wurzeln wachsen auch gut. Sehr schön. Und hier ein Blütenspektakel, über das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Dendromium Berry Odor hat eigentlich immer ein bisschen geblüht, jeden Winter und jedes Frühjahr. Aber ich bin zum ersten Mal wirklich, wirklich zufrieden mit den Blüten. Jetzt sind sie komplett geöffnet, hier diese beiden schon und haben auch diese Zeichnung jetzt und sie duften auch. Das haben sie vorher nicht gemacht und ich kriege das natürlich hier nicht scharf. Jetzt diese Zeichnung auch auf der Lippe und diese Blütenform, das ist das erste Mal, dass sie das so zeigt. Und die Pflanze ist jetzt auch wirklich groß und gut im Wachstum. Hier kommt noch wieder ein Kindle. Diese beiden hier werden vielleicht auch Kindle. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das auch noch Blütentriebe werden oder ob sie mir auch wieder Kindle schenkt. Hier macht sie auf jeden Fall eins. Das hat auch schon Wurzeln. Das hat sich jetzt alles in den letzten drei, vier Wochen ergeben. Und der Unterschied zwischen Blüte und Kindle macht sich eigentlich erst relativ spät bemerkbar. Wie gesagt, sie duftet jetzt auch wunderbar nach, ja, schwer zu beschreiben. Düfte sind immer schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall ein sehr blumiger Duft und nicht besonders stark. Man muss schon recht nah herangehen an die Pflanze, um das zu sehen. Aber ich bin rundum zufrieden mit meinem Berry Odor in diesem Frühjahr. Und hoffen wir, dass das jetzt auch so weitergeht. Hier möchte ich euch mal ein Oncidium Sherry Baby Sweet Fragrance vorstellen. Ein Riesentrum von einer Pflanze. Die ist vorletztes Jahr, habe ich sie bekommen. Und seitdem ist sie so wahnsinnig gewachsen. Und man sieht vielleicht hier an den knittrigen Blättern, dass ich nicht ganz so gut nachgekommen bin mit dem Wässern und der Pflege. Und auch, wenn wir mal ein bisschen in den Topf reinzoomen, das ist ein Durcheinander von Neutrieben und älteren Trieben. Großen Bulben, die den Platz im Topf wahnsinnig knapp machen. Und ich war letzten Sommer kurz davor, die Pflanze zu teilen. Aber da sie nicht geblüht hatte, wollte ich sie jetzt nicht teilen, denn ich war ein bisschen egoistisch und wollte endlich mal wieder Blüten haben. Denn der Duft ist ja einfach zum Niederknien. Und deswegen habe ich abgesehen davon, sie zu teilen und habe sie nochmal in einen größeren Topf umgetopft. Und dabei habe ich dann gemerkt, dass sie eine große Trauermückenplage hatte. Und das war möglicherweise der Grund, warum sie so schlecht gewachsen ist. Denn die Larven von diesen Trauermücken machen sich ja an den neuen Wurzeln gerne zu schaffen. Jetzt will sie also wieder blühen. Ich freue mich sehr darüber. Dieser Blütentrieb ist Mitte Februar, habe ich den entdeckt. Und er ist jetzt schon recht weit. Aber ich denke mal, es braucht doch noch ein, zwei Wochen, bis die Blüten aufgehen und die Pflanze mich mit ihrem wunderbaren Duft betört. Und wahrscheinlich wird sie auch in diesem späten Frühjahr, nachdem sie geblüht hat, werde ich sie wahrscheinlich tatsächlich teilen müssen. Denn so viel Platz habe ich nicht. Und so schön das vielleicht auch ist, wenn man so eine große, so ein Specimen, wie die englischsprachigen immer sagen, hat. Aber es ist einfach recht schwer zu handeln und zu wässern und nimmt unglaublich viel Platz weg auf der Fensterbank. Wir werden sehen, wie sie sich weitermacht. Sie hat noch ein paar Neutriebe und ich warte noch, ob sie vielleicht noch weiter blühen möchte. Und dann schauen wir uns das im Spätsommer nochmal an. Wunderschön. Ich freue mich total, dass sie bald duftet. Hier haben wir eine große Cattleya. Ich vermute, das ist Cattleya guatemalensis. Oder die heißt wahrscheinlich auch inzwischen Guariante. Guatemalensis, ich weiß es aber nicht, weil sie ohne Tech kam und deswegen muss sie als No-ID laufen. Sie blüht wie jedes Jahr im März, April. Dieses Jahr ist sie ein bisschen früher dran. Und sie hat elf Knospen, habe ich gezählt. Sie braucht jetzt aber noch ein paar Wochen bestimmt, bis sie die Blüten öffnet. Aber es wird eine große Pracht. Ich tue auch noch ein Foto von der Blüte im letzten Jahr dazu. Sehr schön. Das hier ist eine, ja, wahrscheinlich eine Unzidium, auf jeden Fall aus der Unzidium-Allianz. Aber wahrscheinlich eher so eine Art Cambria-Hybride. Ich glaube, dass es, die heißt, Tropical oder Jungle Pointer, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die Blüten sind bunt, gelb und rot und gepunktet. Ich habe auch noch ein Foto, das tue ich dazu. Und diese Pflanze macht sich total gut hier in diesem etwas lieblosen Setup, das ich aus reiner Not hergestellt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, kein vernünftiges Substrat im Haus hatte. Und dann habe ich sie einfach in ganz grobe Pinienrinde, die ich auch im Garten schmeiße, getopft. Und das gefällt ihr sehr gut. Die blüht zweimal im Jahr für mich. Immer so im November und dann im Frühjahr. Sehr anspruchslos offenbar. Tropical oder Jungle. Ich schaue nochmal nach. Hier eine Rettungspflanze. Ich glaube, vor zwei Jahren vom Sterbetisch mitgenommen für wenig Geld. Und da war sie noch ein bisschen am Blühen. Sie hat ganz interessante gelbe, pylorische Blüten. Und sieht so ein bisschen... Ja, sie hat so ein bisschen Catlea-Blüten aussehen, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe auch damals kein Foto mehr gemacht, weil die Blüten schon drüber waren. Und sie hat jetzt auch endlich so ein bisschen abgelegt, dieses typische Wachstum, wo die Blätter so nach oben wachsen. Das ist einfach so wie die in der Massenproduktion in Holland oder wo auch immer wachsen. Da haben sie ja diese Stützen an den Seiten von den Töpfen und dann wachsen die Blätter oder biegen sich dann so nach oben. Das ist ja platzsparender, aber sie hat dann jetzt wirklich sehr lange an diesem riesigen Blatt gearbeitet, über das ich mich sehr freue und das auch wieder ein bisschen zur Seite wächst. Und das hat sie jetzt... Hat sie hier vier, drei Knospen. Hier kommt vielleicht noch eine. Und ich freue mich, dass sie sich gefangen hat. Und man sieht auch irgendwie an diesen knubbeligen, gedrungenen Knospen, meiner Meinung nach, dass das irgendwie eine besondere Blütenform hat. Wir werden sehen, wenn sie sich öffnet, wie sie aussieht. Sehr schön. Und hier ein spezial gelagerter Sonderfall. Das ist eine Primärhybride aus Phalaenopsis Speziosa mal Hieroglyphica. Und sie wächst wunderbar. Sie kriegt auch Blütentriebe. Sie hat jetzt fünf. Und gestern oder vorgestern habe ich gesehen, dass sie schon wieder einen macht. Hier. Hier. Nein, hier. So. Das Problem ist nur, sie hat noch nie Knospen gemacht an diesen Blütentrieben. Ich werde jetzt mal ein bisschen versuchen, sie ein bisschen kühler zu stellen. Vielleicht... Das war ein Tipp von jemandem aus dem Orchideenforum. Vielleicht induziert das ja Knospenbildung. Aber ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall eine sehr gesunde Pflanze, mit der ich ganz zufrieden bin. Die wächst und gedeiht und sieht toll aus. Grün. Und alles. Neues Blatt bekommt sie auch. Und sie sagt, ich mache gerne Blütentriebe, aber blühen tue ich nicht. Und hier eine meiner liebsten Pflanzen. Das ist die Pallinopsis violacea. Die Variation Cerulea. Also eine blaue Form. Und sie macht eine Knospe. Und es kommt auch eine zweite. Das wird ein Fest in diesem Frühling. Denn der Duft dieser Naturform ist ein Fest. Wie schon gesagt. Ich freue mich sehr. Letztes Jahr wollte sie nicht blühen. Und dieses Frühjahr tut sie es.